recht herzlich willkommen zu einer neuen folge city skylines und zwar das ganze zur folge nummer 43 ja letztes mal haben wir was haben wir letzt mal gemacht hier die straße genau das war das die haben wir da ausgebaut einen kleinen bogen gesetzt um dieses dingen sie heißt es um die u-bahnstation hier wunderbar das geklappt der bus kommt auch schon vorbei und ich glaube wir sollten uns dort vielleicht die buslinie mal angucken weil das war irgendwie glaube nicht ganz optimal oder der bus fährt hier lang ich weiß gar nicht da steht noch eine zweite linie wird da lang da lang wo fährt der lang keine ahnung der dreht da am kreuz alles klar sei es die linie ist vielleicht nicht so ganz optimal oder müssten wir was dran ändern denke ich mal und zwar den fahrt weg und zwar und zwar und zwar so ja die sind jetzt nicht begeistert das ist mir klar aber das funktioniert ja nun nicht die linie so das muss auch weg und jetzt fährt diese linie etwas anders da lang da lang dann dort lang weil ich sehe nicht wo sie weiter lang fährt das ist schwierig ich weiß die vermuten wir müssen einiges erstmal weg machen damit das ordentlich klappt nur die linie hier ist auch noch eine bus haltestelle da also der hat nun halt weg gemacht kann da sein ich suche jetzt nur noch ein halt wo der noch ist dass diese linie da ist man sieht die punkte aber äußerst schlecht mehr ja super das klappt ja gar nicht hier so die halte linie ist auch weg da ist nur einer die ist jetzt auch weg hier fährt noch ein bus lang aber auch irgendwie so komisch ich finde die bushaltestelle von dem bus auch nicht es ist die wir machen die alle weg erstmal hier die sind nämlich ganz schlecht alle angebunden glaube wo ist denn hier eine haltestelle noch da ich bin mir die auch mal weg ich weiß gar nicht mach die jetzt alle irgendwie weg wenn es denn dann geht da fährt der bus hin und zurück ich habe ich ja da ist noch eine und wo ist hier eine jetzt da muss doch irgendwo hier noch eine bushaltestelle sein wenn er schon so komisch wert ich sehe aber gerade keine hier staut sich wie bulle das waren die busse auch erstmal weg die machen nämlich sowieso nur stau oder sehe ich das ich glaube die sind auch mehrfach belegt kann das sein irgendwas passt da nicht da ist noch einer da ist noch eine hier muss auch noch irgendwo eine sein da und dort die linie ist dann auch weg hier fährt irgendwo auch noch ein bus lang da ist noch eine linie da ist noch eine und da sind noch linien ja finde ich alle nicht gut momentan ist klar aber wenn ihr demnächst die kürzeren fahrstrecken haben dann freuen die sich alle viel mehr so die ist auch weg da sind noch welche da ist auch weg so soweit rausgezoomt da sieht man keine linien mehr hier sind auch keine doch hier unten ist noch eine wo fährt die lang da ist noch was jetzt ist er auch weg jetzt haben wir hier noch was die mache ich auch weg da ist auch noch eine da dort 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 da ist noch eine wo sind diese ganze muss heute stellen da sind wir sie auch los ist da unten einer ich glaube ja nachher und das war eine da ist noch eine bushaltestelle hier sind wir auch los hier ist eine dort ist auch eine da ist noch eine gut die sind wir auch los hier geht es weiter da ist noch eine da ist noch eine da ist noch eine da ist eine dort hinten ist eine da ist noch eine da ist noch eine da ist weg da ist noch eine da ist noch eine da ist noch einer da ist noch eine 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 die weg die weg weg dann noch eine ich sehe jetzt wieder keine mehr wo versteckt sich hier noch eine haltestelle da so und hier sind sie auch alle weg so hier ist einer das ist auch nicht optimal mach mal weg das müssen wir auch noch anders machen sehe ich keine mehr hier da ist einer jetzt muss hier irgendwo noch eine sein da ist beim friedhof gut auch weg da gibt es immer keine linien mehr so jetzt können wir neue machen so wie rum drehen war so rum wir haben hier eine bus haltestation eine dinge sag schon ein häuschen für busse wir fahren da lang waren dort lang dort lang dort lang na da kommen wir nicht da lang sie irgendwo nur durchfahrt ja da lang dann würde er das eine sackkasse das heißt die muss wieder weg und wir fahren hier lang dann können wir hier lang fahren fahren dort lang dort lang und schließen die ganze geschichte so dann haben wir eine linie schon mal ganz klar da in diese richtung so die zweite linie können wir auch da anschließen und die fährt dann hier lang da lang da lang da lang da lang da lang dort lang dort lang dort lang da lang da lang okay die kann hier definitiv lang fahren da lang und kommt sie dann wieder zurück wo schließen wir die die weg die hin und geschlossen gut dann haben wir einer da einer da wo ist die nächste haltestation dort gut dann machen wir hier ein start waren hier lang hier rein da lang hier können die umsteigen näher die machen wieder weg die ist doof da machen lieber hier einer rein fahren dann da lang dort lang oder die nehmen wir nicht mit fahren dann warte mal die erst noch mal weg so lange nicht da lang und nach da lang da dreht er wieder gut so neue linie neues glück oder das dann würde ich sagen fahren wir hier lang dort lang da lang dann gibt es aber keine ausfahrten sehe ich gerade das ist eine sackkasse hier dann fahren wir da nicht lang warum wir da auch nicht lang fahren dann fahren wir da lang fahren dort lang und da lang und da lang dort 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 da und wo müssen wir wieder hin da unten ok halten da an fahren da hin und dann dort hin die linie ist auch geschlossen so und dann müssen wir noch hier lang fahren steigen wir da ein fahren da lang an da lang dort lang dort lang da lang da lang und schließen dort so das wohngebiet muss woanders erschlossen werden so hier haben wir einen bus von da fahren wir hier hin hier hin da ist schon die nächste haltestelle da lang dort lang am müllplatz dann drehen wir hier wieder zurück und schließen die linie naja der fährt jetzt ganz schön weit ne keine ahnung wo er dreht ist auch egal so da haben wir hier noch ja ich denke mal weiter müssen wir in der nächsten folge machen diese beenden wir jetzt erst ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss aber Vielen Dank.